Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Jochen. Ich bin Cloud Native Consultant bei 56k Cloud in der Schweiz. Und heute möchte ich das Thema aus meinem ersten Video wieder aufnehmen, und zwar wie man Docker-Images für ARM und x86 erstellt. Nachdem ich mein erstes Video veröffentlicht habe, kam Jason Andrews, ein Kollege aus der AWS-Community-Szene, auf mich zu, um über das Video zu reden und auch einen Ansatz zu zeigen, den er immer in diesen Fällen nimmt. Und genau über diesen Ansatz von Jason möchte ich heute reden. Teil von BuildKit, also der Software, die innerhalb von Docker läuft und zuständig ist für das Bauen von den Docker-Images, gibt es Plattform-Argumente. Und mit diesen Plattform-Argumenten kann man im Docker-File zur Bildzeit Entscheidungen treffen. Hierfür hat man Argumente wie die Zielplattform, das Zielbetriebssystem oder auch die Plattform und das Betriebssystem, auf welchem das Docker-Image gebaut wird, zur Verfügung. Das heißt, ich kann im Docker-File anhand von diesen Argumenten Entscheidungen treffen. Und wie man dies in der Praxis anwenden kann, möchte ich nun zeigen. Hierzu wechseln wir zu unserem GitLab-Repository. Das ist das Gleiche wie im vorherigen Video. In der Beschreibung unterhalb des Videos werdet ihr den Link dazu finden. Und was wir jetzt neu in diesem Repository haben, ist das Verzeichnis mit den Plattform-Argumenten. Hier haben wir wieder das Docker-File. Dieses fängt zunächst gleich an wie das vorherige Docker-File. Aber dann kommt schon der erste Unterschied. Wir müssen die Argumente, die wir später im Docker-File verwenden wollen, definieren. Und hier wollen wir nun die Target-Plattform verwenden, um eben Entscheidungen zu treffen. Und dies muss auch drin sein, denn die Variablen oder Argumente, die hier nicht beschrieben sind, werden dann auch später im Docker-File nicht zur Verfügung stellen. Dann als nächstes haben wir nun die Argumente für das Terraform-Binary, eben die URL und die beiden unterschiedlichen Dateien. Zuvor hatten wir diese im Make-File hinterlegt, aber da wir diese nur noch im Docker-File brauchen, können wir diese eben hierhin verlegen. Dann haben wir den generischen Teil, wo wir die AWS-Kommandozeile installieren. Und eben der Entscheid, welche Architektur oder welches Architektur-Binary verwendet wird, wird hier eben von dem Linux-Repository oder Package-Manager eben getroffen. Und dann haben wir den Teil, wo wir die plattformspezifischen Argumente verwenden. Und hier haben wir ein Run-Befehl, wo wir das ARM64-Binary installieren. Und dieser Run-Befehl fängt an mit einem IF. Also schauen wir nach, wenn die Target-Plattform ARM64 ist, dann laden wir die ARM-Datei herunter und kopieren die oder verschieben die an den entsprechenden Ort. Wenn die Target-Plattform eben ARM64 ist, dann laden wir die ARM-Datei herunter. Somit kann man sehen, dass man hier eben direkt im Docker-File die Entscheidung treffen kann, welche Dateien oder welche plattformspezifischen Aktionen ausgeführt werden können. Hier kann man auch hingehen, die Run-Befehle zusammenführen und sagen, wenn ARM64 dann und else if, ja, Target-Plattform ARM64 dann den anderen Teil. Somit kann man noch optimieren, aber ich habe mich dazu entschieden, diese beiden auseinanderzuziehen, um eben zu verdeutlichen, wie genau, ja, dieser Weg implementiert werden kann. Wenn wir nun noch ins Make-File schauen, werdet ihr sehen, dass das Make-File oder das Target im Make-File für diese Variante sehr simpel ist. Wir haben nur noch einen einzigen Befehl, nur den Docker-Bild-X-Bild-Befehl, der ausgeführt werden muss. Hier geben wir wieder wie oben schon den Push-Befehl aus, dann definieren wir die Plattform. Hier im Unterschied zu den oberen beiden Build-Befehlen haben wir jetzt eben eine Liste von Plattformen, eben ARM64 und auch ARM64. Dann noch ein Tag, hier das Generische, ohne die weilige Plattform, die wir oben hatten und noch das Verzeichnis, was eben oder wo das Docker-File hinterlegt wird. Dann haben wir noch im GitLab CI-CD-Konfiguration den Job an sich selber. Hier haben wir noch einen zusätzlichen Befehl, den wir ausführen müssen. Da wir mehrere Plattformen als Argument übergeben, kann der Standard oder die Standard-Bild-X-Instanz nicht mehr verwendet werden. Deswegen müssen wir hier zunächst eine neue Instanz erzeugen und diese direkt verwenden und erst dann können die beiden Docker-Images verwendet werden. Wenn wir noch einmal zurückgehen ins Make-File, ein Punkt, den ich vorher am Anfang erklärt habe, als ich gezeigt habe, was verschiedene Variablen zur Verfügung stehen. Eben hier seht ihr, dass wir auf einer Plattform eben ARM64 und auch ARM64 Images bauen. Und genau in so einer Situation kommt dann eben die anderen Variablen zum Tragen, wo man noch zusätzlich unterscheiden kann, auf welcher Plattform die Images gebaut werden, um da eben noch Entscheidungen treffen zu können. Genau, wie ihr nun gesehen habt, hat sich die Komplexität verlagert. Im vorherigen Fall, aus meinem ersten Video, haben wir ja schon gesehen, dass das Docker-File sehr simpel aufgebaut ist. Im neuen Fall ist eben mehr Komplexität im Docker-File drin. Dafür haben wir im vorherigen Fall mehr Komplexität im Make-File gegenüber weniger Komplexität in dem neuen Ansatz. Und das ist leider sehr oft in unserer Industrie die Situation, dass es nicht den einen Weg gibt, sondern immer mehrere Wege und man dann eben entscheiden muss, okay, welcher Weg passt für mich, für mein Team, für die aktuelle Situation, in der ich mich befinde, am besten. Und dementsprechend dann entscheiden, welchen Weg man gehen möchte und wo man die Komplexität am besten behandeln und verwalten kann. Wenn ihr noch andere Wege kennt oder Fragen habt zu den beiden Ansätzen, dann kommt gerne auf mich zu, entweder über Social Media oder in den Kommentaren unten. ENDE parks m